Was steht hier? Nein. Okay, Nord-Osten. Ist hier unten noch aus? Brücke, Brücke... Hier geht's nicht lang. Warten? Nein. Ah! Das sieht dörfmäßig aus. Lass uns mal in den Orten herumsehen, wo Leute sind. Wir sollten den Käpt'n und Millie auf diese Weise finden. Okay. Was ist mit dir? Du siehst sauer aus. Hier gibt's niemanden, der so dumm ist! Bring mich nicht zum Lachen! Hä? Hot! Diese Kunden in letzter Zeit waren so wirklich... Und? Verkaufst du mir nichts? Arschloch! Ich helfe aus! Was ist mit dir? Äh... Ich habe Fisch aus Potmiss! Aber mit dem... Aber die Piratenangriffe werden immer öfter... kommen immer öfter vor. Das beunruhigt mich. Mich auch. Ungemein. Oh, Schwert! Mein Schwert! Nein, gib mir Schwert! Kein Schwert! Badam! Okay. Irgendjemand sucht Abenteurer! Das ist anscheinend das Gasthaus. Hallo! Seid ihr auch Abenteurer? Oh, sowas ähnliches. Ja, ja, ja. Lass mich durch hier! Ich will hier durch! Gibt's hier was? Sagst du was Interessantes? Seid ihr Abenteurer? Äh... Ich bin den ganzen Weg von Silberland zurückgekehrt, um meinen... Was gab mir als Meisters zu besuchen? Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, ich habe ihn vernachlässigt in den letzten Zeit. Schon interessant. Was ist mit dir? Wo ist Potmiss? Äh, Norden, glaube ich. Danke! Ja, da ich aus dem Süden komme und da es nichts ist... Ah, hola! Hallo! Was verkaufst du? Das ist schön! Will ich auch nicht. Das ist das schöne Abenteurerlei. Ah, das ist der Typ, der die Abenteurer sucht, oder? Hm? Oh, hier ist ja was Schönes. Nein, Dual Clears ziehen wir, aber... Hier können wir, ähm, Skills kaufen. Also, Fähigkeiten. Besser gesagt, Fähigkeiten-Pakete. Habe ich das jetzt gekauft? Ja, da haben wir das. Ah, okay. Hier können wir jetzt... Wissen 1 kaufen, das habe ich jetzt schon. Äh, Sens ist ja Gefühl 1. Und, was haben wir noch? Technik 3.1. Und, was haben wir noch? Technik 3.1. Äh... Also, was... So... Sketche Zeichen. Was haben wir hier? Gale... Okay, dann können wir ja länger rennen. Ah, da ist dein zweihändlicher Schwerstil. Cool. Haben wir schon Punkte? 33 Punkte haben wir. Hier, was will ich machen? Ähm, keine Ahnung. Ähm... Ich glaube... Das... 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 Gale... Ah, sehr gut! Die sind aber aus Stil. Hört sich auch gut an. Machen wir das nochmal. Und... Was wollen wir noch? Okay. Ja, und so können wir auch... Abilities lernen. Also, auch Fähigkeiten. Aber Spezialfähigkeiten. Gibt es hier eben noch eins. Jetzt können wir auch kochen! Ah, gegen mir! Vielleicht gibt es ja alles mal. So, mal sehen. Du hast das auch... Was gebe ich dir? Close Combat. Das hat sich gut an. Dann kriegst du gleich zwei. Du kriegst auch Gain. Du bist, glaube ich, eher auf Stärke aufgebaut. Deswegen kriegst du ein bisschen... Das hier... Das hier... Kochen habe ich jetzt schon mal. Das war hier. HP Recovery. Okay. Das würde ich hier auch nehmen. Um hinzugehen... Um hinzugehen... Und ja, dann kriegst du auch ein bisschen eins. Das hier... Und das hier. So! Skillpunkte verteilt. Und wir können jetzt endlich rennen! Ja! Gott sei Dank! Oh, warte mal. Ich wollte da wegen was anderem machen. Wegen dir. Willkommen! Oh, ihr seid Abenteurer! Ja! Ja, ich will's hören. Was anderes gibt's. Also, es gibt etwas... Das du mir vom Waffenshop in Portmys bringen sollst. Der Pfad zum Berg Mettox ist ein bisschen gefährlich. Natürlich bezahle ich dich und... Ich geb dir auch einen Pass für Portmys. Okay. Portmys. Es ist die Stadt im Norden. Braucht man einen Pass? Ja! Sonst würde ich dir keinen geben! Ja, ich nehm den Job an. Danke! Aber ihr habt keine Waffen! Also... Wir kommen später zurück. Ah! Ich will Waffen kaufen. Wieso hast du keine Waffen? Habe ich auch keine Waffen? No! Ich hab keine Waffen! Oh! Also hab ich ALLE Waffen abgeben müssen? Ich dachte nur die Laser! Was ist das? Hier, verkauf mir Waffen! Wie ist mit diesem Schwert? Es ist, ähm... Das Werk des feinen Schwertschmiedes aus dem Osten. Wenn du es jetzt kaufst, mache ich dir einen guten Preis. Das ist wirklich ein gutes Schwert! Wieso kaufst du es nicht, Vertex? Naja, ich fühle mich schon irgendwie unwohl ohne Schwert. Äh... Ich verkauf's dir zum halben Preis für 20. Ah? Okay, ich kauf es. Komm bald wieder! Aus dem Weg! Okay, also... Warte mal einen Moment. Du verkaufst jetzt diesen wertlosen Scheiß an irgendwelche Idioten? Die es nicht besser wissen? Hey! Wie nennst du ihren Idioten? Du schon wieder? Du bist schlecht fürs Geschäft! Ah, die Klappe! Das war's! Ich hoffe, du weißt, dass das ne Fälschchen ist! Äh, ein gutes, äh, Schwerd aus dem Osten ist, äh, etwas wie das hier. Was hier? Ah, naja. Lass dich nicht von diesem, äh, Schleimbeutel da hereinlegen. Will später. Das ist ja ein... Spirited. Na und? Jetzt habe ich immer noch kein Schwerd. Why? Okay, ich führ mal mit, äh, da, da. Er ist nicht hier. Okay. Okay. Wenigstens kann ich jetzt rennen. Okay, wer ist der Typ jetzt? So verwirrt. Ah. Oh, ihr seid es. Es tut mir leid, aber ich habe den Job schon jemand anderem gegeben. Dem Typen da. Hä? Aber... Na, wenn das nicht die zwei von vorher sind. Was? Du hast schon jemanden engagiert? Dann will ich den Job nicht annehmen. Nein, die sind unzuverlässig. Nein, die sind unzuverlässig.